Das ist ein Glück, um da oben Karonaden durchzuschrauben, vielleicht. Schon ja, Aua. Was darfst du? Wo war ich letzter? Ja. Wir haben an meinem Trinko mal die Konsti 6. Geht auch alles. Die Essex hat auch gestern fast einen Niko versenkt. Der war ja mit Minna Aga unterwegs. Und in der fettige Liga-Tippe gepanzert. So. So ist die... Die... Die fette Gable, die... Die Deemable als deine... Die... 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 Was ist zuerst? Was ist zuerst? Ich würde sagen, die ATTACK. KONSTY ist daneben. Was ist zuerst? 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 Ich denke, ich bin gerade seitdem. Was ist zuerst? 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 Das war's für heute. Hoffentlich schaffe ich es dann mal. Dann zerschießen sie den seine Bruder nicht immer meins. Mal diese Verstecker. Wo siegeln wir eigentlich hin? Nö. Willst du mitten durchlegen? Nö. Also ich hab die jetzt nur so. Weil die jetzt oft in der Linie fahren. Ich muss mal. Sind etwas schwerfällig die Schiffe hier. Ja. 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 Ja, dann haben wir die in Niamanenland nicht. Bei Glück haben wir genau auf Fahrbreitseite liegen. Die haben jetzt alle ihre Fronten zu uns gedreht. Ja, drei Breitseiten von uns sind in Niamanland, das ist weg. Aber sie wird leiden. Ja, weg muss sie auch. Also da führt ja kein Licht dran vorbei. Das auf jeden Fall. Ja, ich hab ja gesehen, wie wenig Schaden ich da im Endeffekt gemacht hab an dem Ding, ja? So. Mal ganz schön dran arbeiten. Oh, ich krieg's nicht auf die Rundseite, die nur auf die Rundseite schießen müssen. Das war's. Das war's. Ja, das ist gut. Das war's. Das war's für heute. Ah, Martin, woher du gehst du hin? Die Hände nach rechts und lass uns mehr in den Arsch reinschießen. Ich sehe das Steuerbord. Von dir hast du gesehen Backbord. Das ist ja eine Schüsse, keine Säge. Ich dreh hinter dir durch, dann können wir uns ein zweimal der Sonne checken. Der Rest Indien, das ist wieder oben bei den Piraten, nix für uns. Es bleibt immer an den selben Orten, das ist scheiße. Ist jemand wechselt? Nein, aber trotzdem immer an den selben Orten. Ja, schon wechselt, aber nicht selben. Das muss ich mir erklären. Er meint, er meint das zweite Mal, dass es an der gleichen Stelle ist. Nächstes Mal ist es bei uns und dann wird es da auch zweimal aufbrauchen. Irgendwo zwischen Schweden und Venema. Und beim nächsten Mal ist es dann wieder unten bei den Holländer. Vollkommen versiedelt. Wir kriegen noch Geschwindigkeit. Wir können schneller bauen und die mich machen. Wir können schneller passt den weg. Wir werden so genauer fahren. Und umbral haben keine Hilfe? Telefon kamverluten Setze Comesen aus. Aber für sie sind von der Luft aç lighting. ... ... ... ... ... ... Wir haben jetzt echt den Hubschritt weggeworfen. Werden konnte? Wir haben jetzt den Hubschritt. Wir haben jetzt den Hubschritt. Was ist das? Ich bin hier, ich bin hier. Ist der drauf? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020